Die Hularia Augsburg begeistert seit mehr als 50 Jahren im Augsburger Fasching. Sie ist bekannt für bunte Kostüme, tolle Choreografien mit dreistöckigen Hebefiguren. Doch wie kam es überhaupt dazu? Wie fing alles an? In diesem Film erfahrt ihr es. Langjährige Vereinsmitglieder erzählen ihre persönlichen Erlebnisse mit der Hularia. Wir erfahren alles über die Gründung, lustige Geschichten aus vergangenen Jahren, die Geheimnisse unserer Stargäste hinter der Bühne und natürlich alles über die Hularia Gaben und ihre Entwicklung. 50 Jahre Hularia, die Vereinsgeschichte jetzt auf DVD.